Hallo Leute, wir beginnen heute den dritten Akt von Ghost Master mit der Mission Spooky Hollow. Ich bin nochmal zurückgegangen ins Krankenhaus-Level und habe mir Harriet geholt, weil ohne Harriet ist es verdammt schwer in dieser Mission einen Geist zu befreien, wenn nicht sogar unmöglich. Bin mir relativ sicher, dass es gar nicht anders geht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe es vorher noch nie geschafft, zumindest. Okay, wir nehmen das Recommended Team und werden ungefähr alles raushauen, was wir hier sehen. Außer Weatherwitch und Harriet fliegen so gut wie alle Geister Aether. Weiß ich noch nicht. Vielleicht holen wir Aether wieder zurück. Okay, wir wollen Hardboiled. Hardboiled und Harriet brauchen wir für den ersten Geist. Insgesamt gibt es vier, die wir hier befreien werden. Wobei von einem hängt die Mission ab. Es geht, wie der Name schon sagt, um Sleepy Hollow. Wer den Film nicht gesehen hat, auf jeden Fall anschauen. Extrem geil. Und in Sleepy Hollow geht es um einen kopflosen Retter und den befreien wir in dieser Mission. Und neben dem gibt es noch drei andere Geister, die wir insgesamt befreien werden. Davon ist einer ein versteckter Geist, für den wir ein bisschen arbeiten werden müssen. Ja, Whisperwind hat natürlich Tempest, was wesentlich stärker ist. Bansai brauchen wir noch. Ich glaube ansonsten... Ach nein, 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 nein. Blödsinn. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der Possess hat. Ähm, ja. Nehmen wir Arclight. Ich mag Arclight einfach mehr. Wir brauchen jemanden, der Possess hat. Wollen wir vielleicht noch jemanden, der Possess hat. Buck. Weiß nicht, wieso man überhaupt vorgeschlagen wurde. Ist relativ musslos. Ich habe Hardboiled. Ich habe Raindancer. Damit kann ich das Gebiet erzeugen. Terror Eyes hat er vorgeschlagen. Ja, wegen dem Fascinate. Genau, Terror Eyes haben wir auch noch vorgeschlagen. Okay, das sollte sich soweit ausgehen. Go Haunt. Gut, bevor wir uns um die Mission selbst kümmern, ähm, schlauben wir schnell mal einen Geist ab. Der ist hier, das ist Scarecrow. Und Scarecrow will mit Blut in Berührung kommen. Deswegen brauchen wir Harriet. Harriet kann nämlich draußen gebunden werden und Ethereal Gift zaubern. Damit bekommen wir hier draußen eine Fessel, die wir sonst nicht hätten. Daran binden wir Hardboiled. Ähm, ha, gute Frage. Wie wir das jetzt machen? Ach ja, genau. Zuerst Rain und dann Gore. Durch Rain breitet sich dieser kleine Teich hier aus und mit Gore wird es in Blut verwandelt. Und damit haben wir Scarecrow befreit. Ich muss wieder sagen, die meisten Geister, die wir hier befreien werden, sind nicht wahnsinnig nützlich, aber irgendwie cool. Ähm, padam, padam, padam. Dann machen wir gleich den nächsten. User Only Powers. So, dazu noch einen Tempest. Tempest sollte dafür sorgen, dass es hier in der Windmühle den Schädel runterhaut. Wie gesagt, wer Spooky Hollow nicht kennt, ähm, schade, weil die Mission schon relativ stark sich an dem orientiert. Man sieht auch immer wieder, glaube ich, Dragoon irgendwo rumrennen. Und der müsste eigentlich da unterwegs sein und reiten. Nein, 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 das eliminiert. Nur Tempest. Okay, wir haben Tempest, wir haben Rain. Ähm, wir haben im Moment das Problem, dass wir ein bisschen wenig Plasma haben. Weil jetzt bräuchte ich noch dazu Gasts, und Gasts geht sich nicht raus vom Plasma her. Ja, deswegen haben sie uns also Bug vorgeschlagen. Mhm, ich sehe. Gut, ja, dann werden wir dich mal kurz ein bisschen scannen müssen. Ja, es ist irgendjemand hier. Wo bist du? Seh da. Okay, sobald du rauskommst. Ja, ja, der Schädel fällt runter, blablabla. Ähm, was ich hier mache, ist ich... Da sieht man übrigens Dragoon im Hintergrund, den kopflosen Reiter. Und den steht bei dieser Mission. Ähm, ich kreiere ein Unwetter. Wenn der Typ endlich mal aufhören würde, hier zu kacken, dann könnte ich ihn auch erschrecken und ein bisschen mehr Plasma verdienen. Äh, 99 geht sich das aus, wenn ich Scarecrow wieder wegnehme? Nein. Um genau einen, es geht sich um einen Plasma-Punkt nicht aus, willst du mich verarschen? Okay, also gleich mal Dijen, der stärkste Spruch von Scarecrow. Ja, sehr gut. Ähm, so, dann haben wir gleich jemanden verjagt. Wiederum geht's darum, wir brauchen die Sterblichen, um die Mission für uns zu gewinnen. Das heißt, wir müssen nicht Sterblichen komplett verjagen. Können wir, sollten wir auch gar nicht, dürfen wir gar nicht suchen. Ähm. Weil die Sterblichen müssen für uns aufdecken. Ja, da ist der Bitz eingeschlagen. Wieso ist mein Geist nicht da? Mhm. Da ist er. Der geheime Geist. Storm Talon? Stone Talon? Storm Talon, genau. Ähm, ja, also man muss, ähm, zwei Windzauber gleichzeitig aktiviert haben. In dem Fall Tempest und Gust. Und, ähm, Rain. Dann entsteht ein Unwetter, man hört's Donnern. Ich weiß nicht, dass man auf der Aufnahme hören wird, aber ich weiß, dass man es normalerweise Donnern hört. Und dann sollte ein Blitz da einschlagen. Und das befreit Storm Talon. So, mit diesem Quake befreien wir noch Black Crow. Und dann geht's endlich um die Hauptmission. Dieser Mann nämlich, Earl Walton, der hier drin in dieser Windmühle hockt, kontrolliert Dragoon. Ähm, durch dessen Schädel. Und wir müssen dafür sorgen, dass das ein Ende hat. Das heißt, wir müssen den Menschen zeigen, was hier abgeht. Daraufhin werden die ihn verjagen und Dragoons Schädel bestappen. Und dann kann ich die Kontrolle über Dragoon übernehmen. So, zunächst müssen wir jetzt erstmal Leute hier rüber bringen. Das machen wir mit Terror Eyes, mit Fascinate. Sobald dann jemand bei der Windmühle ist, sollte er durchs Fenster schauen und sehen, was da los ist. Dann müssen wir schnell reagieren, weil dann wird der Earl Dragoon auf den sterblichen hetzen, der ihn gesehen hat. Und wenn Dragoon sie erreicht, dann wird er sie quasi instant verjagen. Und um das zu verhindern, haben wir Arclight mit. Arclight kann nämlich einen Menschen possessen. Und dann werden sie, ähm, unempfindlich gegenüber allen Schocks. Wieso kann ich dich nicht einsetzen? Da unten erst? Das könnte ein bisschen eng werden. Ah nein, du kannst auch possessen. Okay. Gut. Ich hoffe nur, dass er sich für sie entscheidet. Wen hat er? Ja, er hat sie. Okay. Da sieht man schon, Dragoon kommt an. Sie sollte aber jetzt unempfindlich dagegen sein. Ja, genau. Perfekt. Sonst hätte Dragoon sie nämlich sofort verjagt. Und die wird jetzt den anderen Leuten Bescheid sagen, was da abgeht. Und dann, glaube ich, müssen wir nur noch den Earl verjagen. So. Das ist eine Mission, die sich sehr, sehr schnell machen lässt, wenn man weiß, wie sie geht. Wenn man es nicht weiß, viel Glück. Also, auf diese Kombination von selbst drauf zu kommen, äh, diese Kombination von Kräften von selbst drauf zu kommen, ist mal eine Sache. Äh, Storm Talon hätte ich vermutlich nie von selbst gefunden. Also, es gibt kein Anzeichen, dass irgendwas Besonderes ist an diesem Baumstumpf oder an diesem See. Ähm, Storm Talons Anzeigebild ist auch nicht da. Das heißt, man muss, ja, vermutlich durch, durch Glück drauf kommen. Storm Talon selber ist eigentlich ein ganz geiler Geist. Ähm, wir werden ihn vermutlich einmal einsetzen. Genauso wie Black Crow werden wir auch mal einsetzen. Black Crow hat einen extrem starken Spruch, Buried Alive. Ich glaube, den hat es sogar nur eher im ganzen Spiel. Das ist quasi die stärkere Version von Ex und Hop, weil, wie der Name schon sagt, während Ex und Hop die Leute nur bis zum Bauch in der Erde versinken lässt, werden sie mit Buried Alive komplett in den Boden gezogen. Äh, wieso passiert denn hier nichts eigentlich? Ich dachte eigentlich, sie würde jetzt mal die Leute rallyen, aber scheinbar passiert das nicht. Ich habe auch die Zwischensequenzen nicht gehört, weil ich sie natürlich sofort übersprungen habe. Ja, und da ist sie weg. Cool, keine Ahnung wieso. Na ja, wurscht. Dann halt nochmal. Eigentlich, wenn wir Harriet an das Kind binden, sollte das Kind auch in der Lage sein, dem zu widerstehen. Hoffe ich mal. Wir werden es gleich sehen. Ich frage mich nur, wieso es nicht geklappt hat. Es ist wirklich sehr, sehr verdächtig. Ah, vielleicht kommt er jetzt schon raus. Ja, da ist er. Ich binde dich mal vorsichtshalber an das Kind, aber... Ja, ich glaube, wir können ihn schon verjagen. Dann werden wir hier auch gleich Black Crow einsetzen. Wenn wir ihn schon haben, wenn wir ihn schon haben, wenn wir ihn schon haben, mit Choking Odor, dass sich genau nicht ausgeht. Perfekt. Ach. Okay, wen haben wir noch? Ähm, padam, padam. Kannst du Surge einsetzen? Dann wäre ich sehr stolz auf dich, aber ich fürchte, das geht draußen nicht. Ich glaube, der Junge bestattet den Schädel. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Das heißt, wir müssen uns wirklich nur noch um den Earl Wharton kümmern. So, da haben wir Dragoon. Und wir haben nicht mal genug, das mal, um ihn überhaupt zu binden. Tan, 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 alles zurückziehen. Aber jetzt geht es nur noch darum, diesen einen Mortal zu vertreiben. Ich glaube tatsächlich, dass Deadly Pursuit von Dragoon die teuerste Kraft im ganzen Spiel ist, mit 450 Plasma. Aber man muss auch sagen, eine verdammt starke. Dragoon ist speziell, um es mal freundlich auszudrücken. Dragoon braucht ein bisschen Micromanagement fast schon, um ihn richtig einzusetzen. Weil Dragoon nicht still hält. Dragoon rennt immer herum. Und wenn man ihn nicht irgendwo einsetzt, wo er im Kreis laufen kann, auf ewig und drei Tage, dann verschwindet er irgendwann einfach. Pufft. Das heißt, Dragoon ist wirklich am besten einzusetzen. Ich setze ihm jemanden wirklich direkt vor den Schädel. Dann soll er eine Kraft einsetzen. Und dann nehme ich ihn wieder raus und setze ihn nochmal. In dem Fall klappt es sogar mit Chase. Und natürlich generell ist er wahnsinnig stark. Also da steht gar kein Zweifel. Nur eben auch teuer. Und das Deadly Pursuit an einem 400 kostet es nicht 450. 450 wäre wirklich grenzwertig hart. Ja, jetzt weiß ich, wieso ich Bug mitnehmen hätte sollen. Weil dann hätte ich zumindest irgendjemanden, der ein bisschen verjagen kann. Die meisten Geister, die ich hier habe, sind zwar super, wenn es um Elemente geht und so, aber... Und wieso zieht diese Trap nicht? Seriously. Ich bin aber auch dumm. Ich könnte schon die längste Zeit Harriet einsetzen. Ein Ethereal Gift hier hinsetzen. Und dann zum Beispiel Arclight benutzen mit Human Torch. Und das war's. So schnell kann das gehen. Wie gesagt, wenn man weiß, was zu tun ist, ist die Mission nicht schwer. Nur man muss auf diesen Ablauf drauf kommen, wann man was machen muss. Wann zum Teufel habe ich denn 330 Mal Leute erschrocken? Wow. Okay, wir haben es auf jeden Fall in der perfekten Zeit geschafft. Zwölf Minuten, drei Sekunden. Ah, 5000 Gold Plasma. Ich weiß nicht mal, womit ich das überhaupt, wie ich das hier wieder ausgeben soll. Naja, wurscht. Öffnet das kein neues Level? Okay, dann nicht. Na gut, dann war's das mit Spooky Hollow. Das nächste Mal schauen wir uns Ghost Breaker an und holen uns endlich Blue Murder und den Wendigo, glaube ich. Ich habe gerade den Namen vergessen, wie er heißt. White, nicht White Walker, das kommt von Game of Thrones. Naja, wurscht. Auf jeden Fall mal wieder eine gute alte Verjage-Alles-Was-Sich-Bewegt-Mission. Nachdem wir jetzt die letzten beiden Missionen ja eher nur manipuliert haben. Also, bis dahin. Tschau Leute.